Hallo. Hi. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Ach wirklich? Möchtest du einen Kaffee? Danke, gern. Kekse? Selbstgebacken. Danke, du bist ein Schatz. Lecker. Du weißt gar nicht, was es für mich bedeutet, dass wir uns endlich wieder versöhnt haben. Du warst immer... 3,5 Millionen Dollar ist unsere Valuation. Komm, sweetie. Komm, baby. Yeah! That's my boy. Good boy, Romeo. Good boy. Das macht sie krank. Ich bin in diesem Haus aufgewachsen. Und diese Tapete praktisch mein Leben lang gesehen. Weißt du, dass ich krank bin, ja? Ja. Ja, du hast mich aber eben nicht angerufen. Was ist jetzt bitte mit diesem Scheiß-Handy aufhören? Ich komm nach sechs Monaten aus Afrika zurück. Nach sechs Monaten harter Arbeit. Und... und du empfängst mich so. Ja, wie? Ja, keine Ahnung wie. Entschuldige, das ist Leon. Du warst doch diejenige, die gesagt hat, dass er dich total kontrolliert. Ja, und als ich versuche zu helfen, da drehst du plötzlich alles um. Ich stehe da als die böse Freundin. Und du? Du kannst nicht mal pünktlich sein, um dich zu entschuldigen. Oh, ich glaub's ja wohl nicht. Hey, ich bin nicht hier, um mich zu entschuldigen. Ich bin hier, um dir zu vergeben. Ich bin hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017